Haltung So, also zuerst füllen Sie mal diese Anwescheinigung aus, ja, aber etwas flott, wenn ich bitten darf. Hopp, hopp! So, also zuerst füllen Sie mal diese Anwescheinigung. Ich bin schnell zu Mama rüber. Mama hat, glaube ich, schon bestellt. Es ist schon eine Etappe näher dran. Nice, das können wir nicht machen. Ich geh mal rüber. Ja, mach mal, ganz in Ruhe. Und die sind hier zusammen. Das ist übereinander. Oh, hier wirkt das nicht. Schlecht wird nicht. Aber es ist auch richtig original. Alle Suzuki-Ziele gebaut wurden, hatten dann diese Buchstaben bezeichnet. Für die Baujahre. Anstelle der Baujahre. Da, Schatz. Da sind wir relativ weit für uns. Das ist für euch. Genau so ist es für uns, wenn wir noch... Hey! Das kostet Geld. Was hat denn da für Räder? Da kommt er. Hast du gesehen? Ja, nicht mehr. Hey! Ja, natürlich. Krieg ich da Tatjem für? Das machen, dass die Decke wieder wettet. Die hab ich nur gekriegt. Ich hab gar keine anderen Räder. Die sind auch nett, pflegeleicht. Deutscher hilft Holländer! Rucksack Deutscher! Vier Büffel hier und fährt Kawasaki. Rucksack Deutscher! Rucksack Deutscher! Rucksack Deutscher! Rucksack Deutscher! Rucksack Deutscher! Die Flügel sind jetzt hier noch ein Schleswig-Hügel. Er ist jetzt schon ein Schleswig-Hügel. Hier haben wir die Flügel geöffnet. Dann haben wir die Flügel geöffnet. Die Flügel ist in der Flügel. Der Flügel ist auf der Flügel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und warum schneidet ihr das ab? Weil wir das am Hals nicht abkönnen. Das ist uns zu eng. Ich mache das auch mit Zwetscher, sonst schneide ich immer die Bündchen ab. Ich kann das auch nicht. Meistens kopiert man ja Sachen, die ja auch nicht so eng sind. Wenn du das noch weiter ziehst, ist das doch ein Schultag weiter. Nicht macht man hier recht heute, was? Ja, du kommst mit? Das ist mit. Ciao Martin. Ciao Martin. Ciao. Hier richtig Küchenbetrieb. Kein Mensch. Ja, du hieß auch richtig verhungert aus. Alles hat es jedem, wenn man besoffen ist. Aber die Kinder sind ja mal los da. Das ist schuldig. Für Radler und Schokolade, was? 3,30 bitte. Ich zahle es Eis und Kappuccino. Eis und Kappuccino. Wenn du mal was küsst, musst du noch mal fragen. Ja. Wo kann man denn hierher gehen? In Jens. Was schönes? Ja. 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 Das ist ein kleines Erdbeeren. Ich bin so gut, ich bin so gut.